Leute, die Affen sind los. In dieser Stadt gibt es einfach mehr Affen als Menschen. Es war einfach so crazy. Der hier hat einfach mein Cappuccino geklaut. Ich hab dann einen Affentempel entdeckt. Und am Anfang waren die Affen echt schar. Die Mama hat es hier nicht so gefühlt. Aber nach ein paar Minuten wurde ich sogar deren Freundin. Und der hat sogar meine Haare nach Läusen abgeschaut. Am Ende waren wir ein bisschen zu gute Freunde. Weil die wollten wirklich in Massen auf uns trauen. Und von dem Freund habe ich einfach eine kassiert. Alles war wirklich richtig los. Bis das hier die Stimmung richtig kaputt gemacht hat. Wollt ihr sehen, wo das geendet hat?